Hallo, liebe Piloten. Ich war nach Ewigkeiten mal wieder im Kino. Ehrlich gesagt, verspätet im Kino. Ich habe endlich The Man U gesehen. Was ich von der Nummer halte, das könnt ihr euch anhand des Titels und des Thumbnails eigentlich schon denken. Aber ganz egal. Hier wird es nicht zu Spoilern kommen. Denn ich möchte, dass ihr diesen Film so schaut, wie ich ihn geschaut habe. Ich wusste nichts. Ich habe die Trailer gesehen. Das ist alles, was ich wusste. Und ja, alles, was jetzt folgt, ist nur meine Meinung. Ich glaube, damit wurden alle Disclaimer, Disclaimer. Leute, nehmen wir los. Okay, also The Man U war ein Film, den ich jetzt circa seit August oder so auf dem Schirm hatte. Was krass ist, weil ich habe im August, ich meine, das war August oder Juli, da war ich im Kino und habe Man gesehen, den neuen Film von Alex Garland. Und ich sage es, wie es ist, der Film war für mich eine absolute Katastrophe. Ich glaube, Cinema Strikes Back hat der Nummer sogar ein Video gewidmet. Und ich wollte Alper einfach nur in den Arm nehmen, obwohl er für mich noch viel zu nett war, wenn es mit diesem Film ging. Aber Spoiler-Alarm für meine Flop 10. Der Film wird definitiv drauf landen. Ja, aber da werde ich noch viel detaillierter über Mensch sprechen. Meine Güte. Aber was das Besondere an diesem Kinobesuch war, war folgendes. Ich habe zwei Trailer gesehen zu zwei Filmen und war automatisch gehypt auf beide. Das erste war Smile. Da haben wir euch ja sogar ins Kino eingeladen, euch den Film nochmal gezeigt. Und ihr wisst, wie ich zu der Nummer stehe. Das war für mich einer der erfrischendsten Horrorfilme des gesamten Jahres. Und The Man U. The Man U, der Trailer, war sowas von vage. Ich so, ist das eine schwarze Komödie? Ist das ein Thriller? Geht es um Kannibalismus? Ich habe nur Ralph Fiennes gesehen. Ich habe Anja Taylor-Jo und Nicholas Holt gesehen. Ich so, okay, die Besetzung ist schon mal großartig. Ich wusste, das ist ein Independent-Film, ein kleinerer Film. Aber der Stil hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und das Besondere ist, ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Ehrlich gesagt dachte ich, wir erleben so etwas wie Hannibal. Leute werden eingeladen, um etwas Köstliches zu probieren. Oh, sie essen eventuell andere Gäste. Ist das das, worum es geht? Ist das der Fall? Das verrate ich euch nicht. Weil, wie gesagt, ich möchte euch den Film nicht kaputt machen. Ich möchte, dass ihr so reingeht, wie ich reingegangen bin. Und das hat mir der Trailer suggeriert. Was ich sagen kann, es war einer der kreativsten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und es war einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Denn, meine Güte, liebe ich The Man U. Okay, worum geht's? Die Prämisse werde ich kurz ankratzen. Aber ich werde nicht ins Spoiler-Territorium reinspringen. Im Film geht es um Essensliebhaber, Foodies, Foodblogger und auch extrem reiche Leute, die sich etwas gönnen. Und zwar einen Trip zu einer privaten Insel, um so einen Starkoch, so einen richtigen... Tim Meltzer ist nichts dagegen, bei seiner Show beobachten zu dürfen, der ihnen jetzt ein 8-Gänge-Menü serviert und sie teilhaben dürfen. Sie werden Teil dieser brillanten Show. Und einige haben darauf ihr Leben lang gewartet. Andere sagen, ach, ich mache eh bei jeder einzelnen dieser Kochshows mit, deswegen fuck it. Und wieder welche sagen, ich habe zu viel Geld, deswegen lass da hin. Auf jeden Fall kommen wir auf dieser Insel an, die es schon von Sekunde eins recht mysteriös wirkt. Und alles, alles ist aus dem Ei gepellt. Das Team ist geeicht, es sind fast wie Soldaten, die Ralph Fiennes hörig sind. Alles ist perfekt vorbereitet und dann haben wir da dieses 8-Gänge-Menü. Und allein der Anfang des Films war absolut meins, weil persönlich, ich liebe ebenfalls kulinarische Köstlichkeiten. Und als es direkt losging mit den unterschiedlichen Menüs und wie Ralph Fiennes jedes einzelne, jeden einzelnen Gang beschrieben hat, war ich total drin. Und dann steht auch noch immer per Texttafel, was gerade gegessen wird. Und ich so, geil, das ist ein Film für Essensliebhaber. Ich bin drin. Und der Humor hat mir auch von Sekunde eins gefallen. Nicholas Holt ist, was Humor angeht, der Scene-Stealer des Films. Denn er ist so ein Fanboy von Ralph Fiennes Charakter, dass er selbst in den später düsteren Momenten mich einfach so hart zum Lachen gebracht hat. Und nicht auf diese Marvel-Art und Weise. Das bedeutet nicht, dass ernste Momente kaputt gemacht werden auf Kosten eines Witzes. Das ist ja häufig eine Red Flag. Hier ist es nicht der Fall. Hier ist der Humor sehr organisch. Und die ganze Nummer ist eine schwarze Komödie. Das heißt, es gehört zum Film. Nicholas Holt hat mir extrem gut gefallen. Aber ja, es lag auf der Hand. Die zwei Scenes-Stealer des Films sind Ralph Fiennes selbst, der... Meine Güte, ist ja Oscar-würdig. Ich meine, wir alle wussten, wie bedrohlich er sein kann als Lord Voldemort. Das ist eine ganz andere Performance. Aber es ist auch eine Autorität, die dieser Typ ausstrahlt. Es reicht, wenn er klatscht. Und man ist still. Man hört ihm zu. Man traut sich nicht wider Wort, ihm zu entgegnen. Und diese Show, die er auf die Bühne stellt, ist unglaublich. Und das Besondere ist, die ersten 30 Minuten denkt man, okay, das ist halt der Film. Ein bisschen überspitzt zeigt er uns diese Industrie. Und dann wird es zu einem Thriller. Und was genau da geschieht, möchte ich euch nicht verraten. Ich möchte euch nur sagen, dass es für mich eine wahnsinnig spannende Geschichte war. Und alle Gäste, die wir da haben, werden ein wenig beleuchtet. Manche haben eventuell Dreck am Stecken, andere sind auch irgendwo lustig. John Leguasamo war für mich auch so ein heimlicher Scenes. Die Gags mit ihm haben mir ziemlich gut gefallen. Und Anya Taylor-Joy ist unsere Hauptfigur. Ich meine, Ralph Fiennes ist ganz klar Antagonist. Anya Taylor-Joy ist ganz klar Protagonistin. Und sie ist wie immer phänomenal. Und auch das Hin und Her zwischen den beiden. Ich meine, es ist wie ein mentaler Kampf, der da stattfindet. Das hat mir richtig verdammt gut gefallen, weil sie will irgendwie aus dieser Situation raus. Er macht es ihr natürlich verflucht schwer. Und hier haben wir wirklich so einen mentalen Battle, den ich spannender fand als alle Superhelden-Battles dieses Jahr auf der Kinoleinwand. Ich fahre wirklich hin und weg. Der Film ist ästhetisch ohne Ende. Und er schafft etwas, was nicht viele Filme schaffen. Und zwar er spielt fast ausschließlich komplett in einer Location. Wir haben da diesen großen Saal, wo die Leute sich hinsetzen, um dieses Acht-Gänge-Menü zu genießen. Und der Film hält die Spannung. Wenn es nicht gerade super spannend ist, dann gibt es einen witzigen Moment. Dann ändert sich die Tonalität wieder. Es wird wieder ein wenig düsterer. Dann wird es wieder aufgefangen mit einem lustigen Kommentar, nur um dann wieder düsterer zu werden. Dann wird es auf einmal sehr persönlich und charakterbezogen. Das ist genau die Art von Film, die ich einfach liebe. Das ist so ein Film, ich habe den Trailer im Kino gesehen und dachte mir, du könntest echt einer der Filme des Jahres werden. Und ich liebe es, wenn es dann wirklich passiert. Weil ich weiß, wie ich ticke. Am Ende eines Jahres schreibe ich so eine Liste zusammen und möchte nicht nur Franchise-Filme drauf haben. Gleichzeitig ticken wir alle so, dass die Franchise-Filme und die großen Namen da draußen, das sind die Filme, auf die wir uns immer freuen aufs nächste Jahr, weil das sind die, die das größte Marketing kriegen. Ich liebe es, wenn so ein kleiner, aber feiner Film unter mein Radar fliegt, dann kommt der raus. Gerade noch, bevor ich diese Liste finalisiere. Und ich sage, oh mein Gott, nicht nur gehörst du auf diese Liste, du gehörst ganz oben auf diese Liste. Ich liebe es, wenn so etwas passiert. Und genau das hat mir der Film gegeben. Er ist auf der einen Seite so schick und so elegant wie die Serie Hannibal, ist gleichzeitig aber auch eine super bissige schwarze Komödie, hat Top-Performances. Ich sehe tatsächlich eine Oscar-Nominierung für Ralph Fiennes, alle Male. Anja Teller-Joy zeigt uns wie immer, meiner Meinung nach, dass sie eine der besten Schauspielerinnen ist, die wir zurzeit haben. Und auch eine sehr ungewohnte, humorvolle Performance von Nicholas Holt, die ich nicht hab kommen sehen. Alles in allem, ich war hin und weg von der Nummer. Ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Ob ihr ihn schon gesehen habt, ob ihr ihn nicht gesehen habt, ob ihr euch eventuell nicht so gut gefeiert habt wie mir, aber ich sag's wie es ist. Es ist einer der Filme des Jahres für mich. Jetzt frage ich euch, wie steht ihr zu The Menu? Schreibt's mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schreibt's mir in die Kommentare.